Hallo, Klaus Wolfsberger meldet sich hier. Heute möchte ich Ihnen einmal nicht weitere Informationen über die Pipeline Marketing Kampagne geben, sondern ich möchte Ihnen mitteilen, welche Erfahrungen andere Menschen mit dem MLM Business Booster gemacht haben. Ich habe unterschiedliche Leute befragt, die mit dem MLM Business Booster zwischen einer Woche und zwei Monaten gearbeitet haben. Hören Sie jetzt, was Sie dazu gesagt haben. Martin T. sagt, ich arbeite jetzt seit zwei Wochen mit dem MLM Business Booster und das, was ich bis jetzt durchgearbeitet habe, finde ich sehr interessant und hilfreich. Bettina Gavron schreibt, Hallo Klaus, mit dem MLM Business Booster haben Sie bei mir eine Wissenslücke bezüglich des Aufbaus und Formulierung einer Capture Page und eines Sales Letters geschlossen und mir ungemein weitergeholfen. Ich weiß jetzt, wie ich meinen MLM Website gewinnbringend vermarkten kann und bin bereits dabei, dies umzusetzen. Danke, liebe Grüße Bettina. Rolf Rassinger meint, ich beschäftige mich jetzt erst kurze Zeit mit dem MLM Business Booster. Was ich gleich gelernt habe und das war für mich jetzt einmal das Wichtigste, dass ich endlich gezielte Anzeigen erfolgreich in Google platzieren kann. Richard M. sagt, der MLM Business Booster hat mir endlich ein System gegeben, mit dem ich eine sinnvolle, gewinnbringende Marketing Kampagne für mein MLM Business aufbauen kann. Ich bin bereits dabei, für meine MLM Produkte eine Kampagne zu erstellen. Ich arbeite zur Zeit am Inhalt, da ich durch Ihren MLM Business Booster gelernt habe, dass dieser entscheidend für den Erfolg ist. Ich habe mich bis jetzt noch nie mit dem Thema Copywriting und einem strategischen Aufbau hinter meinen Webseiten beschäftigt. Das hat jetzt ein Ende. Ich bin auf Erfolgskurs. Auch einige der Werbemethoden, die im MLM Business Booster gelehrt wurden, habe ich bereits gewinnbringend einsetzen können. Ümit Darin meint, ich habe mich genau an die Anleitungen aus dem MLM Business Booster gehalten und jetzt nach circa zwei Monaten schon eine eigene Pipeline Marketing Kampagne nach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung entworfen. Ich bin begeistert, wie viele Interessenten ich mithilfe dieses Wissens erreichen und dadurch anderen Leuten mit meinem Wissen weiterhelfen kann. Mein bisheriges Ergebnis können Sie unter www.adwords-taktik.com sehen. Ich kann jedem, der im Internet mit seinem MLM Business oder mit einem Produkt, was auch immer, gewinnbringend und effizient arbeiten will, diesen Kurs empfehlen, da man dadurch schneller Gewinn machen und die Lernkurve enorm verkürzen kann. Wie Sie sehen, sogar nach wenigen Wochen gibt es bereits interessante Ergebnisse und Erfahrungen, die durch den MLM Business Booster entstanden sind. Doch das ist erst der Beginn, die ersten Stufen. Ich meine sogar, dass das erst der Start einiger Raketen ist, die durch die weiten Welten des deutschsprachigen Interversums ziehen werden. Seien Sie also gespannt, was Sie noch alles hören werden. In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ihr Klaus Wolfsberger